In diesem Video geht es um Vergleichsoperatoren, die man später brauchen wird für die Steuerung von Programmabläufen, zum Beispiel in bedingten Anweisungen wie einem If-Statement. Die Ergebnisse solcher Vergleichsoperationen haben immer den Wahrheitswert wahr oder falsch und auf diese Weise füllen wir auch noch zusätzlich den Datentyp bool ein und ich werde hier auch zeigen, wie man also die Ergebnisse unterschiedlicher Vergleichsoperationen, die eben in booschen Variablen gespeichert werden können, noch über logische Operationen miteinander verknüpfen kann. Schauen wir uns für einen solchen Vergleich erstmal ein Beispiel an. Wir haben also eine Integer-Variable mit dem Wert 4 deklariert und initialisiert. In einem Printf-Statement beantworten wir dann die Frage, ob der Wert unserer Variablen kleiner als 5 ist. Der Vergleich findet genau an dieser Stelle hier statt und die Antwort in der Konsole sehen wir hier. Die Antwort ist also 1 und die 1 hat den Wahrheitswert Ja, also ist dieser Vergleich wahr. 4 ist kleiner als 5. Wir können das Ganze natürlich auch umdrehen und in diesem Printf beantworten wir dann also die Frage, ob der Wert unserer Variablen I war größer als 5 ist und die Antwort ist 0, also logisch falsch. Wir haben also mit kleiner und größer schon zwei Vergleichsoperatoren kennengelernt und es gibt noch eine ganze Reihe mehr, die ich jetzt mal hier hinschreibe. So hier in dem Programm, beziehungsweise auch in der Konsole habe ich jetzt der Reihe nach die Operatoren kleiner, kleiner gleich, größer, größer gleich, genau gleich und ungleich aufgelistet und das Ergebnis der jeweiligen Operation sieht man dann eben als Antwort in der Konsole dargestellt. So, diese Vergleiche funktionieren natürlich nicht nur mit Integer-Variablen, sondern auch mit allen anderen bisher bekannten Datentypen. So häufig ist es gar nicht nötig und ist mir auch gar nicht interessierter dran, das Ergebnis eines solchen Vergleichs zu speichern, weil man nutzt diese Vergleiche dann, wie man später noch sehen wird, um den Programmablauf zu steuern. In manchen Fällen kann es aber doch sinnvoll sein, dieses Ergebnis zu speichern und für das Speichern eines Wahrheitswertes gibt es in C seit der Überarbeitung des C-Standards im Jahr 99 einen neuen Datentypen, das ist der Datentyp bool, den man aber erst freischalten muss, sozusagen durch das Einbinden einer speziellen Header-Datei. Das ist also die Header-Datei std bool und der Datentyp heißt unterstrich bool, wobei b groß und alles andere klein geschrieben werden muss. Okay und hier sieht man das Ergebnis wieder, das ist natürlich das gleiche wie vorher, nur, dass wir das Ergebnis in einer Bootschen-Variable b wahr gespeichert haben. Okay, so fügen wir jetzt nochmal einen zweiten Vergleich hier hinzu. So, hier habe ich also zwei Vergleichsausdrücke. Das erste Ergebnis ist falsch, also false, beziehungsweise hat den Wert 0 und das zweite Ergebnis ist true, ist also wahr. Und jetzt kann ich diese beiden Ausdrücke auch miteinander verknüpfen, zum Beispiel in dieser Weise, das ist die sogenannte logische Unverknüpfung. Wie man hier in dieser Tabelle sieht, ist das Ergebnis der logischen Unverknüpfung nur dann wahr, wenn die Ausdrücke ba und bb wahr sind. Also ist nur einer von beiden falsch oder sind beide falsch, dann ist auch das Ergebnis, hier in dem Fall b-Ergebnis, eben auch falsch. Das sieht man hier, b-Ergebnis ist gleich 0. Wenn ich diesen Operator also umdrehe, dann wäre die Bedingung wahr und dann ist auch b-Ergebnis wahr. So, neben der logischen Unverknüpfung gibt es noch die logische Oder-Verknüpfung. Die macht man mit diesen zwei hintereinander gestellten senkrechten Strichen. Und bei der logischen Oder-Verknüpfung ist das Ergebnis immer dann wahr, wenn einer der beiden Ausdrücke entweder ba oder bb wahr ist. Oder eben, wenn beide wahr sind. Hier sieht man, hier reicht es aus, dass bb wahr ist. Jetzt in dem Fall sind beide Ausdrücke falsch. Und dann ist auch das Ergebnis falsch. Dann gibt es noch eine dritte logische Operation. Das ist die Negation. Die macht man mit einem Ausrufezeichen vor der Butch-Variable beziehungsweise vor dem logischen Ausdruck. Hier sieht man, ba ist falsch oder false. Dann ist die Negation gespeichert hier in b-Ergebnis, eben gerade gleich 1. Die Verknüpfung logischer Ausdrücke ist nicht nur beschränkt auf zwei Ausdrücke, sondern kann auch mehrere Ausdrücke beinhalten. Hier besteht unsere Verknüpfung also aus dem Ausdruck nicht ba oder bc und bb. Das Ergebnis hängt jetzt von der Bindung der Operatoren ab. Also, welcher der Operatoren bindet am stärksten? Das ist zunächst einmal der Nicht-Operator. Danach kommt der logische Und-Operator. Und am schwächsten bindet der logische Oder-Operator. In dem Fall hier ist das Ergebnis wahr. So, da ist das Ergebnis. Und hier ist das Ergebnis. Vielen Dank.